oh dinkel birks hemd denke ich hab glaube ich das beste hemd der welt gerade gefunden und zwar dinkel birks hemd da sind wir zunächst ein adventure map das ist der kuh ich bin ne böse okayérer f됐ig ich goock goood go kud 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 wasSam Stecht nach gut gut kud 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 schестно anderesführer der erste von vier du willst ein gischen von macht unglaublicher macht finde den weg in die kalisation tipp für die nächsten zeit ich brauche keine tipps 3x hotline netz anrufen und zwei sekunden kostenlos telefonieren 0 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 hier könnte ihre werbung stehen so ich habe eine textdatei erstellt von gizmo 13 1384 oder 1384 je nachdem für mr morgane mitnahme der vergewaltigung bei die vergewaltigung vorgeschichte mit dir mr morgane wurde ein betäubungsmittel eingeworfen als zuletzt nach mit deiner freundin zimmerlühne in der disco feiern warst als sie schlecht geworden war und du müde wurde es gingst du alleine nach hause und das letzte woran du dich erinnerst ist ein penis in deinem arschloch aber du weißt nicht von wem und wo als du dann in der stadt a s d f g h a s d f g h guck auf die tastatur leute aufwachst begibst du dich auf dein episches abenteuer ich möchte auch mit einer freundin zimmerline regeln spiele alleine oder zu zweit spiele immer auf easy und im adventure mode keine sachen aus dispenser nehmen nicht das abgezäute gelände verlassen oder an des ufer schwimmen getötet werden darf alles was nicht bei drei auf dem baum ist gibt der web eine gute note nämlich die schalter die von explosion entstehen lösungen sind unten ja auch ich aber nicht so gut müssen viel gewaltiger finden du suchst show den vergewaltiger erlebte der den berg allein in seiner farm tüsael tüsael heißt das buch jetzt muss übrigens ein richtiger spack guckt mal er hat schon mal mehr adventure wenn es meine alten abonnenten müssen ihn kennen er ist auch derzeit in meiner video wege wo auch wir anderen sind privat spielen und da ist er auch drin mit seinem schad tüsael nachdem ein kindermärchen gibt es ein schwert in den bergen das aus engelsknochen geschmiedet wurde die namen des schwertes ist tüsael es wurde nach seinem erschaffen benannt nach seinem erschaffer benannt dem großen todesritter mit einem arena-artig von 2001 alter du bist so spack ehrlich die leute wissen gar nicht was du meinst er wird zwei menschen im mord und andere kreaturen der dunkelheit man munkelt es werde von bösen hexe für der bösen hexe pascalina bewacht gut was ist da an arena alter alter die weg der theaters des gladiators goldene apfel stick hebel und ein fahrradhelm ich habe wenigstens ein fahrradhelm bekommen das finde ich schon mal nett ich darf kein hebel der durch explosion entsteht mitnehmen das heißt einer muss weg hey hey wir haben die kanalisation penetrierschutz ernsthaft penetrierschutz naja so können wir die kanalisation auch finden einfach von der anderen seite passt schon ernsthaft ich habe eine hose namens penetrierschutz es ist so genial dass es wieder genial ist alter was müssen wir nicht machen ouch da moment ich glaube da müssen wir rein hallo ich gehe hier lang hallo oh ok ok ganz ruhig oh ernsthaft alter skelette skelette oh das ist die hexe sie ist tot ich habe sie bezwungen Thysael wir haben das heilige schwert Thysael und noch ein hebel den zweiten von wahrscheinlich vier weil das buch hieß eins von vier ich möchte jetzt erstmal wissen wo wir hin müssen bevor ich weiter hebel sammeln zufällig ich sehe mal wie gut ich bin ich sage mir hier die hebel oh gott ach egal hör auf mich zu hauen wahrscheinlich müssen wir jetzt den weg hier hoch oh hier ist ein haus hallöle hut des hinterwäldlers goldene apfel und hose des hinterwäldlers und äh bobkorn ein buchnamens bobkorn schau mal im kino vorbei habt gehört da gibt es lecker bobkorn ja ne gut dann gehen wir mal im kino da ist es das kino ist das das kino ist das das kino ich will gucken ob das das kino ist kino steht da ich kann so nicht arbeiten kino von asdfgh ok ok da muss ich ja irgendwo geheimgang sein au ok moment da ist der druckplatte ok 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 gegönnt von youtube money das ist ein guter helm den ziehe ich direkt an ich lass die pränatrierhose lieber an die finde ich irgendwie cooler oh oh was ist mich gerade frage was da oben sein kann haben wir schon den dritten schlüssel ne drei hebel also hier sind das ja glaube ich schlüssel ich bin mal da hochkommt was da ist da ist eine borg da ist die borg ich habe angst vor borgen die borgas wenn immer die borgas kennt schreibt es in die kommentare das interessiert mich das interessiert mich wenn ihr mir auch eine adventure web senden wollte übrigens guckt in die beschreibung ihr spaßdose dikkel birks hemd denke ich habe glaube ich das beste hemd der welt gerade gefunden und zwar dikkel birks hemd kamihamihau so kurz den trank der heilung nehmen ok uns geht es gut schon mal voll kreis festung war müssen wir hier durch ok weekend wir gehen voll krass festung war lalalalalalala jura spinnis es ist sehr dunkel hier drin oh hier ist ein ofen bogen ich darf nichts aus dispenser nehmen habe ich vergessen ich gehe nicht auf die druckplatte hätte nicht gedacht dass ich da nicht reingucken dafür hat nur gesagt ich darf dann nichts rausnehmen stärke des jägers und ein stick aber das bringt uns immer noch nicht zum naja bogen okay okay so was war das i am friendly hartas sandalen okay ich glaube was stirbt hier gerade irgendwie abkürzen nämlich im wasser runterspringen nö ist hier nirgendwo wasser aber wir nehmen wir hier die abkürzung ja 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 so wir haben artas sandalen ist voll diamanten ausrüstung bis auf die hose wir sind richtig gut gegiert alter habe ich gut gemacht aber die penetrierhose brauchen wir wir gegen einen vergewaltiger kämpfen brauchen wir eine penetrierhose also eine anti was ist denn das hier haus des vergewaltigers notiz platziere die schalter auf voll blöcken du brauchst es dann vier schalter oh ich hab vier die habe ich ja unterwegs alle schon gesammelt weil ich halt das natürlich so mache wo bist du was das war es das ist ok 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 das kann es doch nicht gewesen sein nein anscheinend war es das es gibt kein abschlussbuch mehr du spaßt ok ok anscheinend war es das wirklich interessant wir haben den vergewaltiger getötet es gibt kein buch mehr ok so wir haben die vier schlüssel gefunden und unseren vergewaltiger getötet wir haben die mehr super geschafft würde ich mal sagen erst eine bewertung da bewertet die mehr wie fandet ihr die map es waren halt viele insider in der map die nicht jeder versteht aber trotzdem war sie irgendwie lustig also für mich war sie lustig für die anderen wahrscheinlich nicht so aber ich will eure meinung wissen schreibt sie in die kommentare bis zum nächsten mal so 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 so